Hallo und herzlich willkommen. Bernd und ich möchten euch gerne unsere Gäste vorstellen. Das sind Johannes und Johanna. Heute haben wir für euch Limericks mitgebracht. Und was das sind, erklärt euch ganz kurz Johanna. Limericks sind kurze Reime. Ganz genau. Und damit legen wir jetzt gleich los. Unser Limerick heißt folgendermaßen. Mareike singt gerne im Chor. Doch manchmal, da kommt es echt vor, Dann singt sie ganz schief, mal zu hoch, mal zu tief, Als hätt sie ne Grille im Ohr. Wir probieren's mal. Mareike singt gerne im Chor. Doch manchmal, da kommt es echt vor, Dann singt sie ganz schief, mal zu hoch, mal zu tief, Als hätt sie ne Grille im Ohr. Und damit der Limerick nicht nur ein Text ist, Machen wir eine Bewegung dazu. Ich zeig das einmal. Mareike singt gerne im Chor. Doch manchmal, da kommt es echt vor, Da singt sie ganz schief, mal zu hoch, mal zu tief, Als hätt sie ne Grille im Ohr. Können wir mal zusammen versuchen. Drei, vier. Mareike singt gerne im Chor. Doch manchmal, da kommt es echt vor, Dann singt sie ganz schief, mal zu hoch, mal zu tief, Als hätt sie ne Grille im Ohr. Und dasselbe mit Musik. Drei, vier. Mareike singt gerne im Chor. Doch manchmal, da kommt es echt vor, Da singt sie ganz schief, mal zu hoch, mal zu tief, Als hätt sie ne Grille im Ohr. Und jetzt das Ganze auch noch mit Schritten, Direkt mit Musik. Drei, vier. Mareike singt gerne im Chor. Doch manchmal, da kommt es echt vor, Dann singt sie ganz schief, mal zu hoch, mal zu tief, Als hätt sie ne Grille im Ohr. Und wir haben euch jetzt verschiedene Dinge gezeigt, Die man mit so einem Limerick machen kann. Aber das Schöne ist, Man kann es nicht nur mit diesem Text machen, Sondern mit allen Limericks, die es so gibt. Und damit ihr mal seht, wie das dann funktioniert mit einem anderen Text, Haben wir euch doch einen Limerick mitgebracht. Drei, vier. Ein Musiker in Ochsenhausen. Der liebte es kräftig zu schmausen. In der Akademie. Du aß und trank er wie nie. Die Probe, die ließ erhalshausen. Ein Dank an die Musik. Und tschüss. Tschüss. Ein Musiker in Ochsenhausen. Vielen Dank.